So nahe waren wir dir lange nicht. Wir haben dich aus der Ferne betrachtet. Wir haben oft versucht, dich wieder zu uns zu holen. Mit allem, was wir haben. Gekämpft, gehofft, gezaubert und auch gescheitert. Die Reise eintragt Frankfurt in Europa. Sie endet auf die tragischste Art und Weise, die es gibt. 42 Jahre warten auf diesen Moment. 0-1 zu 0, 82. Minute. Der Sieg für die Frankfurter Einfluss. Auf diesen Pokal. Mit seinem größten Triumph in der Vereinsgeschichte. 42 Jahre. Wir haben lange gewartet. Wir haben einen Platz für dich. Dein Platz ist hier. Wir haben eine unterstreuend Phase. Die Zeit ist hier. Wir haben. Ver rebels wieder.